Hi Leute, hier ist euer KlumandaFan1999 und ich mache ein Unboxing von Mecha Alchemist Metallduschen. Das ist sozusagen der erste Schuber. Hier ist der erste Band drin. Ist der kalt. Dann fange ich mal an. Mal gucken, ob ich den irgendwie aufkriege. Bin ich gespannt. Wie ein Flitzebogen. In diesem Sammelschieber sollen nämlich auch Extras drin sein. Oh, da fällt schon alles raus. Das fühlt sich richtig Hammer an. Oh, ich kriege richtig Gänsehaut. Leute. Ich stehe erstmal zur Seite. Oh, da fällt ja alles raus hier. So, das ist sozusagen die für die anderen zwei Bände. Das würde ich drinnen lassen. So, die Extras habe ich jetzt raus. So, sieht das aus? Ja. Schön stabil. So, dann haben wir das erstmal. Hier haben wir... Das sind Stickers. Vollmecke Alchemist Sticker Metallform. Das ist richtig nice. Dann... 2020 Vollmecke Alchemist... Ein Kalender. Cool. Ein Vollmecke Alchemist Kalender für nächstes Jahr. Das ist ja mal hammergeil. Das ist richtig cool. Vollgeile Meme hier. Ist ja Hammer. Hammer. Na ja, kommt auch wieder so grimmig. Oh lala. Strand. Et wieder eh. Okay. Okay. Ist ja richtig hammergeil. Das ist ein cooles Artwork. Das gefällt mir. Hier hinten sind für Notizen noch extra. Und hier für 2021. Hammergeil. So, Stickers. Was haben wir hier noch? Oh nein. Geil. Charakterkarten. Pizza HWK. Titel Adlerauge. Arminist. Tätowierter. Vernarbter Rücken. Okay. Ist die Besonderheit. Fähigkeit Nahkampf mit Schusswaffen. Präzisionsschütze. Beruf Oberleutnant. An Regentagen sind sie nützlos. Okay. 1989. Ist ihr Geburtsjahr. Okay. Den Hamaskar. Geburtsjahr unbekannt. Isshbar. Von Geburt. Ist der Ort. Besonderheit. X-förmige Narbe im Gesicht. Ja. Fähigkeit unbewaffneter Nahkampf. Zerstörungsarchemie. Okay. Beruf. Ehemaliger Kampfmönch. Alchemisten, die den Fahnd Gottes verlassen, gehören vernichtet. Ist ja Hammergeil. Und dann haben wir Edward Elwig. Das ist richtig Hammergeil. Tide Vollmilke Alchemist. 1899. Wiesbuhl Alchemist. Äh. Emetris. Hoffentlich habe ich es richtig aufschwungen. Besonderheit. Rechter Arm und linkes Bein sind Automates. Fähigkeit bewaffneter Nahkampf. Alchemie ohne Transformationskreis. Staatsalchemist. Gib ihn mir zurück. Nimm mein Bein, meine Arme oder gar mein Herz. Aber gib mir meinen kleinen Bruder wieder. Oh. Ich habe Erpelpälle, Leute. Guckt es euch an. Einfach nur Hammer. Ich habe auch kalte Hände. Drei Charakteren-Cards. Ich bin gespannt. Das ist richtig Hammer. Und ein Kalender. Und das sind Stickers, ne? Sind das Stickers? Ja. Voll mecke Iconist. Digga. Metallfunk. Boah. Hammer. Geil. Also ich weiß, was ich heute lesen werde. Und das... Boah. Das ist richtig geil. Discover. Boah. Ist das Hammer. Boah. Hat sich der Kauf gelohnt. Und ich kann euch sagen... Hier steht der... Wir sind zurück. Die Box zur Kurzserie. Band 1. Inklusive Kalender. Metallcards. Und Metallsticker. Hier steht es extra noch dran. Hammer geil. Okay. Wenn man die... Das sind... Wartet mal. Das sind neun Bände. Ja. Also drei so eine Schieber. Und dann hat man hier hinten ein Bit. Und hier oben dann das... Voll mecke Iconist. Motiv drauf. Und hier sollen drei Mangas reinpassen. Also... Ja... Ja... Und ab... Band... Also Band 1, 2 und 3 kommen hier rein. Dann kommt... Band 4 werde ich wieder kaufen in Sammelschieber. 4, 5, 6. Band 7 muss ich sammeln... Hol ich dann wieder mit Sammelschieber. Dann ist 7, 8, 9. Und dann ist es abgeschlossen. So... Also... Die Sammelschieber kosten... Je... 25 Euro. Also Band 1, 4... Und 7 werden 25 kosten. Und die anderen... Also 2, 3... 5, 6... 8 und 9 kosten 18 Euro. Dafür... Hat man aber genügend zu lesen. Und wie gesagt... Es ist einfach nur hammergeil. Also ich hab... Voll mecke Alchemist noch nicht gelesen gehabt. Überhaupt noch nicht. Ich hab den Manga angefangen gehabt. Hab aber zwischendurch aufgehörnt. Und hab es nicht geschafft, den weiterzuführen. Schande über mein Hauptes. Naja... Ich bin so happy, dass ich es endlich habe. Ja... Einfach nur hammer. Ich bin so aus der Puste. Und erst mal das... Weil mir das auch warm ist. Jetzt krieg ich den da nicht rein. Ne, gar nicht. Dann pack ich sie rauf. Ich bin so stolz. Stickers. Und dann die Charakter-Cards noch. Hammergeil. Am meisten freue ich mich über den Kalender. Wortwörtlich. Hammergeil. Am besten finde ich halt das Artwork. Das ist einfach nur hammer. Silvester. Okay. Ich würd so feiern, wenn der jetzt noch drin stehen würde, wann der nächste Band rauskommt. Ne. Das ist glaube ich ein ganz normaler Kalender. Ostern ist drinnen. Ja, das ist ein ganz normaler Kalender. Ne, das wäre... Das hätten sie jetzt auch... Das wäre ja der richtige Hammer gewesen, wenn sie das noch... Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war halt jetzt kurz und knapp halt. Und schnell gemacht. Ich wünsche euch noch... Noch zwei wunderschöne Tage. Dann kommt wieder ein Kalender-Opening. Von mir. Am 12. halt. Genau. Und am Sonntag kommt dann das nächste. Ich hoffe... Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag noch. Und hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kalenderfallen 1999. Und dann gibt es mir am Tag noch ein paar Zwergen. Und dann... Ich wünsche euch den Tag noch die Zwerge aus dem Schatten. Dann schaue euch doch mal meinen Tag noch einen Tag nach.